Heute trifft der offizielle Tag der Videospiele und der Sein-Nochmal-Kind-Tag aufeinander. Um das zu feiern, haben wir ein ganz besonderes Gewinnspiel für euch vorbereitet. Ihr könnt einen leistungsstarken BeQuiet Gaming PC gewinnen, der mit aktueller Hardware ausgestattet und mit einer Menge Gummibärchen-Tüten gefüllt ist. Wie ihr teilnehmen könnt und was es mit den Gummibärchen auf sich hat, erfahrt ihr im Laufe des Videos. Hier haben wir das Pure Base 500 FX. Es ist eines unserer kompakteren Gehäuse, das den Fokus auf den Airflow legt. Dank ARGB-Beleuchtung in der Front, im Gehäuse und durch die performanten Lightwings eignet es sich für das perfekte Gaming-System. Im Inneren ist der PC mit einer AMD RX 7700 XT Grafikkarte und einer von einem Pure Rock 2FX gekühlten Ryzen 5 7600X CPU ausgestattet. RAM und SSD gibt es natürlich auch dazu. Versorgt wird das Gaming-System von einem BeQuiet Pure Power 12M-Netzteil, das ATX 3.0, eine 10-jährige Garantie, modulare Kabel und einen hochwertigen BeQuiet-Lüfter bietet. Dem Spielspaß soll also nichts mehr im Wege stehen und für den passenden Snack gibt es die Gummibärchen natürlich auch dazu. Einer von euch kann dieses komplette Paket gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Raten, schätzen oder berechnen, wie viele dieser kleinen Gummibärchen-Tüten befinden sich in diesem System? Ihr habt ab heute eine Woche Zeit, euren Tipp in den Kommentaren abzugeben. Die genaueren Details findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Lasst also gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Aktionen, Ankündigungen oder andere Videos von uns verpassen wollt. Wir sind gespannt auf eure Schätzungen. Auch hier im Büro wurde bereits fleißig geraten und gerechnet. Ach, und wenn ihr das System gewinnt, entfernt vor dem Zocken bitte alle Gummibärchen. Ein grandioser Airflow kann natürlich nur ohne Bärchen im System garantiert werden.